Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Ich bin eure Rocklady, eure Miri und in der letzten Folge hatten wir einen kleinen Kampf mit einem GD. Den haben wir dann besiegt. Naja, besiegt kann man sagen, mit unseren Waffen zerstört. Und jetzt wollen wir eigentlich mal gucken, dass wir so ein paar Materialien, die Metalle zu dem anderen Posten, damit hier endlich mal eine Straße gebaut wird, die dringend notwendig ist. Dafür fahre ich aber jetzt nochmal nach Capital South City. Ist das richtig? Hohle mal Metalle. Weil wir brauchen 1000 Metalle und 700 ungefähr, wird auf jeden Fall eine riesen Lieferung werden. Ich weiß nicht, ob wir das alles hier kriegen, das ist die Frage. Weil da muss ja auch alles vorhanden sein. So, ich gucke nochmal. Ja, die Beine vertreten ist gut. Jetzt schauen wir mal. Material nehmen. 1000 Metall, ey. Gibt es? Können wir sogar nehmen. Krass. Und dann noch einen kleinen Metall dabei. Ein Hunderter? Geht. Und, äh, Keramik 700. Haben wir nicht mehr. Keramik ist aus. Oder wir haben zu viel auf dem Rücken. Ich weiß es nicht, aber ist egal. 1000. Wird jetzt lustig. Auf dem Rücken natürlich. Och, ist gar nicht so viel. Sieht ja nicht so viel aus. Okay, ab geht die Post. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lacht, dass wir, äh, zu viel auf dem Rücken hatten. Oder ob... Oder ob... Aber hier sollte jetzt eigentlich nichts passieren, weil wir haben ja eigentlich alles geschafft hier. Was? Kannst du mir jetzt nicht erzählen, da kommt jetzt schon wieder einer. Ach, hör doch auf. Nochmal? Ach, hör auf. Wir haben doch hier alles kaputt gemacht. Da ist der. Der hinter uns. So, oh, oh, oh. Nein. Verdammt. Wir müssen das Baby beruhigen. Wir müssen das Baby beruhigen. Wir müssen das Baby beruhigen. Ein bisschen. Ein bisschen beruhigen. Heidenai. Wir sehen aber auch schon wieder lecker aus. So, dann machen wir mal hier Metall rein. So, Metall ist auch da. Fehlt nur noch Keramik. So, dann machen wir das Baby beruhigen. Oh. einen Unterstand können wir hier nicht verbringen, weil hier welche sind. Okay. Dann erzählen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Von vorne kommt aber auch noch was, oder? Oder auch nicht? Nee. Na, klasse, ey. Doch. Okay, alles gut. Eigentlich wollte ich zu der Perle mal, die haben ja bestimmt auch noch Sachen, oder? Aber ich glaube, hier ist keine Keramik mehr, die haben wir schon aufgebraucht. Ich gucke noch mal, ob wir Material Keramik da finden. Ne, die ist leer. Das ist aber doof. Das ist aber richtig doof, würde ich sagen. Kann ich höchstens noch mal versuchen, bei der Trulla was zu kriegen. Versuch mal, bei der Trulla. Aber ich möchte jetzt nicht noch einen GD-Kampf haben, ganz ehrlich. Ich muss mir die Banne verdrehen. Ich muss mich noch mal gucken, wenn ich da nicht. Ich muss mich noch mal gucken. Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal gucken. Und dann gucken wir mal, ob wir da was kriegen. An Material wird aber dann schwierig, da hinzukommen. Schauen wir mal. Die hat Material. Verflucht. Die hat Material. Keramik. Die hat Keramik. Ich nehme ein 800er Keramik ein. Verdammt. Damit kriegen wir die Straße fertig, Freunde. Das machen wir noch. Ich muss mal abladen hier. Die ist leer. Lade ich auch ab. Was ist denn was? So, sind die Sachen. Okay. Okay, dann. Machen wir erstmal die Straße fertig, Freunde. Und dann rutschen wir mal wieder zurück mit der Rutsche. Die Rutsche ist cool. Die können wir ja jetzt auch bauen. Das heißt, wenn wir so 300 Meter... Nehmen wir mal hier die Rutsche. Rutschen wir mal nach unten, ne? Ne, in die andere Richtung. Ich will nicht in die Richtung. Darunter will ich, genau. War schon praktisch, das Ding. Kann man aber nur leider... In die beiden Richtungen machen. Aber ist nicht schlimm. Das hat mir gekostet. Ja, ich weiß. Da ist wieder irgendwo einer. Aber der war nicht vor uns. Der war an der Seite rechts. Aha, jetzt ist er nicht mehr da. So, dann. Bauen wir die Straße mal fertig hier. Endlich. Meine Güte, das hat aber auch gedauert. Ach, da oben ist auch noch Keramik. Äh. So. Damit sind wir alles fertig. Ja, ist in Ordnung. Und dann kann er die Straße endlich fertig bauen. Endlich. Jawohl. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Aber das Stück hat er da noch nicht fertig gebaut. Warum nicht? Mama, warum nicht? Warum nicht? Was braucht er denn noch? Was braucht er denn noch? Keramik bräuchte er noch ein bisschen. Ja, er bräuchte nur Keramik. Hm. Also nochmal zu dem Ding da hin. Hm. Zu Mama nochmal. Dann sollten wir vielleicht mal ein Spray benutzen. Halt. Den angebrochenen besser. War der das? Ja, das war der angebrochen. Okay. Dann holen wir hier noch Keramik. Dann baue ich die andere Straße auch noch fertig. Hat er gar keine Keramik mehr. Einen davon. Toll. Nur ein 80er. Egal, Karl. Nehmen wir. Okay. Dann werden wir wohl hinkriegen, ja. Immer dieses Tüt, Tüt, Tüt. Oh, mein Skelett ist fast zerstört. Krass. Dann. Dann müssen wir mal schnell zu dem anderen da. Und dann hoffe ich, dass wir da Dinge... Ach, ja. Wo ist er nur hier? Oh. Warum Kampf werde ich jetzt hier aber nicht führen, Freunde? So. Jetzt sollten wir alles haben. Jetzt sollte sich die Straße hier auch erledigt haben. So. Jawoll. Ja, super. Guck mal, wenigstens schnell von einem Ort zum anderen. Und dann. Guck mal, wenigstens. Perfektos. Guck mal. Ja. 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 Oh, wo die Straße uns hinführt. Aha. Ja, hier wäre natürlich eine Straße optimal. Aber das ganze Material muss da erstmal erhoben. Gucken wir mal. Okay, die chiralen Kristalle, die können wir schon mal ausführen. 1700 Keramik ungefähr. Ah, 750, sagen wir mal grob. Metalle, 1000. Krass. So, Freunde, und jetzt werden wir auch den Wagen erstmal. Aber schon krass, dass es in dem Gebiet hier so viel von dem... Was ist los? Na, die sind hier gut fahren, die Leute. Das ist ja hier, die... Na ja. Da war doch auch noch eine Zelle, glaube ich, bei ihr. Oder? Meine ich dann nur. So, dann gucken wir mal. Ich meine, Metalle konnte ich bei ihr noch holen, ne? Hm. Tausender. Nehmen wir einen Tausender. Nur Keramik kriege ich hier wieder nicht bei ihr. Ich weiß nicht, ein Fünfziger oder ein Hunderter. Schauen wir mal. Ist erstmal das jetzt? Muss ja sein, Leute. Da wollen wir auch... Verdammt. Oh Gott. Ich nehme mal hier so ein Spree. Der ist... Der ist... Der ist schon alle Sitter. Nur den will ich auch wegpfeffern. Bämst, weg damit. Ey. Nein. Nimm ihn doch nicht. So. Ganz schön schwer. Ganz schön schwer. Aber wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Aber coole Sache mit der Seilrutsche. bin ja echt zu stehen. So. Ganz schön. Ganz schön. Aber auf der Straße kann uns ja eigentlich eh nichts passieren. Irgendwann... Mal hinweg. Dann kommt dann ein Muls-Geländer, glaube ich. Muls-Gebiet. dann erneuern wir die straße und zwar das und damit haben wir schon genug die straße wäre echt hier denn ja wenn wir die fertig kriegen würden da hätten wir echt ich weiß auch gar nicht wie weit geht weil ihr seht ja selber kann ganz schöne diese große bereiche betreffen hier alter belly kommt jetzt schon wieder wo denn vor uns und weg das ist schon cool so eine straße das macht schon einen riesen unterschied freunde so ich möchte eigentlich mal einen anderen wagen benutzen ich habe doch auch eigene eigentlich so dann gucken wir mal wer wir haben und was wir nicht haben material keine keramik mehr keine das heißt so einfach wird die straße nicht fertig werden gibt es den gemeinschaftskasten mit alle doch da ist keramik aber zu wenig schade zu wenig haben wir noch was in unserer garage gar nichts das heißt wir müssen eigentlich oder wir nehmen anders ich hoffe die anderen spieler machen das mit unseren fahrzeugen auch aber vorher aber vorher werde ich einmal gucken was die uhr sagt wir sind jetzt mit den brückenbauarbeiten beschäftigt gewesen es ist auch eine wichtige angeschichte angelegenheit so ich sage mal bis zur nächsten folge damit erst mal ciao 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 ciao